Siehste Krilin Brauchst du nur noch 6 States schaffen Und Trunks Majin Buu kam noch nicht einmal vor Bis jetzt Aber alle anderen kamen schon vor Außer die Noch nicht freischalten Also die ich noch nicht freigeschaltet habe Ah, überspringe ich das wieder Oh Weiß ich nicht, wir greifen aber so geht's auch Wie ich das erstmal kaputt mache Ey Das ging schnell Das ist was ich kann tun Das ist was ich kann tun Okay, es war keine Frage, sondern eine Aufforderung Chila Android 18 Bond Deutschen C18 genannt Will Komm Auge juckt Oh ne, ich glaub die ist jetzt so ne starke, oder? I talk It be facing Keine Ahnung Ich glaub irgendwas noch mit strong am Ende Was war das denn? Oh, wie geil ist das denn? Das hab ich gar nicht gewusst Also ich hab's vergessen, dass sowas geht Beinig Wie sie geschrien hat Man sieht nur noch ihr Haar da Oh, meine neue Animation Von der Wolke Fitter ein Stück Haha Sie hatte Dragon Ball Nummer 2 gehabt Gut Got a Dragon Ball Oh, dieses Press Start Button nervt mich total Let's do this Get ready Fight Oh Oh, jetzt haben wir vor allem mal Ich weiß nicht wie es Mit diesen extra attacken Das weiß ich, hab ich auch mal eine Charotte gefunden Ich muss es mal angucken Wie sowas funktioniert Juhu Ah, jetzt sieht man den Fisch besser Denn vor allem war so ein Knirps am Weg gewesen Oh, 243 Punkte hab ich bekommen Hast du es wohl heiß? BP Beckenballs Polz Beckenpolz Beatpoint Piccolo Piccolo Als das Grünling Kennst du den Grinch? Piccolo Alright No more Mr. Nice Guy Final Round Fight Mach kein spezieller Charakter Nein Oh Ey Wie schon wegrutsche Das ist was ich kann Achso, das wieder Bliblu Bla 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 Oh 314 Punkte Stimmt, wie lange gehen eigentlich die Runden? 80 Sekunden war Oder 70 Sekunden? 80 Sekunden würde ich sagen Wird doch niemals bei Trunks oder so Ähm, ähm 12 Sekunden gebraucht haben, um ihn zu besiegen So, Fritza Fritza, wie ne Pizza Don't worry, I want Guza to ask my full power Ne, lass mal stecken Ja 80 Sekunden Die Südgeung Das find ich genial irgendwie Was war das denn? Die japanische Stürmer vom Trita Find ich cool Oder ist es Schon? Das ging schnell Yeah, nice Ist wirklich nice Grillen Grille Grillen Aber mit K Grillen Nicht mit G Sondern Mit K Grillen 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 Fehlt nur noch die 4 Und jetzt die Zelle Machinbu kommt schon wieder nicht Ja Kennen wir da schon Das ist nichts mehr besonderes Kein Spezialcharakter kam Warte Weil mir juckt grad was Weiß dich No Bam Beam Boom Und Death Bam Beam Boom Und Death Jin 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 Ey Kale Chau Oh, wurde jetzt platt gemacht, Cell. In der ersten Folge war es ja nachts gut gewesen für die ersten zwei, drei Kämpfe, aber dann habe ich dich ja auch platt gemacht. Jetzt mache ich dich ja nur platt. Was ist los? Nee, liegt daran, weil ich mehr aufpasse und weil ich besser mit dem System klarkomme. So, jetzt ab zu den... zu Shang-Long. Ja, wissen wir. Aber das Spiel ist doch nicht vorbei. Das Spiel ist erst vorbei, wenn mein Let's Play vorbei ist, dann kann sie Game Over sagen. Dragon Summoning. Jetzt kann ich da eigentlich reingehen. Ja, hier, die habe ich auch nicht alle. Ah, zunächst mal werden, also, die drei rankommen, ja. So, Shunguku. Was? Krillin habe ich die erste Leistung noch nicht voll? Oh, oh. Und am meisten habe ich es mit Sunguan bis jetzt gesammelt. So, Sunguan. Yes. Come out, Shang-Rong. Grant me my wish. Ach, grant. Nicht... Oder habe ich... Oder habe ich... Oh, schreie nicht so laut, man. Hallo. Ich bin hier. Select one and only one of the following. This wish can be grand more than one's wishes us. Ah, cool. Etc. Train like a... Ah, okay. Check. Okay. Ah, cool. Ich kann so eine... Dings freischalten. Power to train. Mhm. Ah-hah. Learn my revised Tsupas. Piccolo. Okay. 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 Ja, was nehme ich denn jetzt? Boah, sogar viel muss ich da freischalten. Da wären zwei. Drei. Wo ist denn das jetzt? Hier. Very well. Farewell. Amen.